Es ist verdammt schön, heute wieder hier zu sein. Wir haben eine Unverliebtenstelle, Unverliebten-Menus. Alle Damen, alle Herren, ich habe das doch hier noch zu, kann? Okay. Nur eine Bitte, mit mir raus, dass ein bisschen gemeinsam am Rad trägt. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus, mit mir raus. Drei, mit mir raus, mit mir raus. Fuck you, fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Oh, yes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Neville 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 Der Worte, der Worte! Ich will nur sein, doch! Der Worte, der Worte! Vielen Dank! Okay, nächste Woche! Nächste Woche betreten wir das Studio für eine neue Platte aufzunehmen und wir haben gedacht, wir bringen einfach mal einen neuen Song mit um mal zu gucken, wie sich das so anfühlt bislang. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Wir haben einen neuen Song mit den Erfolg teasern, glaub ich das. Bist du schon? Ja, ich hab nicht gesagt, was ich mir sagte, Wurrer, der Worte. Ich bin grade, knallig, wie ich das. Let's go! We'll tell you what we can do! We can do it again and find out! We'll tell you what we can do! We can feel what we can do! Let's go! Let's go from something new... Let's go to something final... ...we can be ready... Wie immer an dieser Stelle schon mal vielen Dank für eure fünf und eine halb großartige Jahre. Was gibt es gerade zu tuscheln? Immer hinter meinen Rücken Geheimnissen. Okay, ich versuch's noch einmal. Lass mal was hören für Death Threat! Und jetzt legt mal die guten Manieren ab, macht Blödsinn, schmeckt ein bisschen rum! Lass mal! Oh, oh, oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020